Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Nun hat ja gerade bei uns der erste The Third Club Abend stattgefunden. Hier bei Achtung, elf Persönlichkeiten haben sich Gedanken darüber gemacht, wie wird die Zukunft aussehen. Was lässt 2016 Marken, Unternehmen, Medien, Agenturen erfolgreich sein? Und nur mal so als Ausriss aus einer ganzen Menge von Thesen und Gedanken. Medien haben einmal Infos und News eingeordnet und selektiert. Das tun sie 2016 nicht mehr, obwohl die regelrechte Info-Exklusion danach schreit. Es braucht also einen neuen Vorfilter und Freunde, Menschen, Institutionen, denen ich persönlich traue, werden zu diesem Vorfilter. Das heißt, mittels einem individuellen Vertrauensindex wird dann über Info-Anbieter, Markenprodukte etc. entschieden. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie es bei diesem Club-Abend so zugeht. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie es bei diesem Club-Abend so geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017